Hallo meine Lieben, ich mache gerade den Weißkohlsalat. Ich habe jetzt hier schon Weißkohl kleingeschnitten, bin bei der Paprika und mache da noch Petersilie rein. In den Weißkohl ist schon abgekochtes Wasser im kochenden Zustand reintun und Himalaya-Salz habe ich da drin. Und Essig und Öl. Genau. Und das kochende Wasser im kochenden Zustand reintun oder beziehungsweise im heißen Zustand. Und die Petersilie muss ich noch waschen und mache dann die Blätterchen rein, auch so grob geschnitten. Und der Weißkohl, der muss kochen, der Weißkohl, der muss schwimmen im Sud. Weil da will ich immer schön viel Flüssigkeit dazu. Und dann mache ich jetzt die Paprika dazu. Kann man auch noch ein bisschen Zucker dazu machen. Jetzt, ich glaube, da mache ich noch mal zwei. Ah, das war erst eine. Genau. Da bin ich jetzt dabei. Und da habe ich schon den Liebespudding gemacht. Und bei uns hat es schön geregnet. Was macht ihr so? Schreibt mal in die Kommentare. Da ist alles voller Wasser. Das reicht jetzt an Regen. Sonst muss ich es dann abdecken. Aber das ist jetzt alles schön gegossen. Und ja, was macht ihr so? Meldet euch. Eure Mamita.